Heute geht es mal wieder um Adobe XD. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es darum, was bei Adobe XD alles dazugekommen ist. Wir haben ja vor einer ganzen Zeit das letzte Mal Adobe XD auf diesem Channel angeguckt und ich nutze es immer noch fast jeden Tag. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man sich das ein bisschen genauer anguckt. Und es kamen viele interessante Funktionen hinzu, zu den vielen nicht so ganz so interessanten Funktionen, wie dass man jetzt irgendwelche Maßeinheiten eingeben kann, was eigentlich schon von Anfang an hätte dabei sein müssen. Aber mittlerweile sind, wie gesagt, auch einige richtig coole Funktionen dabei und die werden wir uns heute einmal ansehen. Grundsätzlich werden wir heute einfach nur so ein bisschen uns das Tool angucken und nicht wirklich etwas bauen. Das kommt aber in nächster Zeit noch einmal. Da kommt nämlich eine vierteilige Reihe, an der ich gerade arbeite, die auf diesem Channel bzw. die auf diesem Channel veröffentlicht wird. Ansonsten, wie gesagt, legen wir direkt los, wenn ihr Fragen zu diesem Video habt oder zu Adobe XD oder anderen Adobe Programmen. Und in der Videobeschreibung ganz oben, wie immer, der Link zu Discord, kommt auf den Community-Server, stellt eure Fragen, gebt euer Feedback, tauscht euch mit der Community aus. Ja, ansonsten legen wir direkt los. Auf geht's, viel Spaß. So und los geht's direkt mit dem ersten Feature. Wir gucken uns jetzt nun mal eine kleine Übersichtshilfe an. Das nennt sich hervorheben von Zeichen oder von Farben. Und zwar haben wir hier in der Seite zwei Sachen definiert. Einmal eine orangene Farbe und einmal eine Zeichenkette. Wenn wir das Ganze jetzt hier ansehen, wir haben im Prinzip unsere vier Farbknöpfe hier und wir haben hier vier Texte. Ich möchte jetzt wissen, ob alle Texte dieses Zeichenformat haben. Dann kann ich nämlich einfach hier rangehen, kann sagen hervorheben der Arbeitsfläche. Und in dem Moment ist im Prinzip alles, was wir erstellt haben, ist festgelegt und wird gehighlighted. Was heißt, man sieht jetzt sehr deutlich, eine dieser Zeichenflächen besitzt es nicht. Ich könnte sie jetzt einfach auswählen, noch hinzufügen. Und wenn ich jetzt das Ganze nochmal mache, sind alle vier gehighlighted. Bei Farben funktioniert das ähnlich. Ich kann hier wieder rangehen, kann sagen hervorhebung der Arbeitsfläche, zoom wieder raus und hier an der Seite sehen wir, dass dieses Farbvieh nicht ausgewählt ist. Kann das ebenfalls hier auswählen und zack, es gehört jetzt ebenfalls dazu und wird, wenn ich es wieder highlighte, ebenfalls blau umrandet. Dieses Feature ist nicht sonderlich interessant, allerdings sehr praktisch, wenn man anfängt 20, 30 Seiten zu haben mit vielen 100 Elementen. Dann wird das Ganze doch schon recht unübersichtlich und da hilft so eine kleine Funktion durchaus und ich habe sie echt lieb gewonnen. So und weiter geht es mit den mathematischen Funktionen. Das ist ein Feature, das sehr praktisch ist, allerdings nicht von jedem genutzt wird. Was heißt, wir haben ja zum Beispiel hier eine Box. Diese Box kann nicht sonderlich viel, was heißt, wenn ich jetzt sage, diese Box soll 900 Pixel groß sein, soll 450 Pixel weit sein, dann ist die hier in der Mitte des Elementes. Wir können jetzt hier im Prinzip noch sagen, wir wollen das Ganze ein bisschen einfärben, wir wollen keinen Rand und es soll exakt in der Mitte unserer Screens sein. Wenn ich das Ganze jetzt nehme und die Größe verändern möchte, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, in den Adobe XD mathematische Funktionen dazu zu verwenden. Das heißt, ich kann das jetzt einfach hier oben sagen 900 und ich möchte davon jetzt, also ich möchte gerne 900 durch 3 teilen, Klammer zu. Und das Ganze möchte ich noch einfach, da möchte ich noch 20 Pixel abziehen am Ende, damit im Prinzip, wenn ich jetzt noch ein weiteres Element habe, damit ich Abstand zum Rand habe. Wenn ich jetzt Enter drücke, sehen wir, es hat 280 daraus gemacht und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, minus 20, zack, funktioniert ebenfalls. Ich kann auch das gleiche sagen mit mal 5, keine Ahnung und das Ganze wird 1300 Pixel groß und es funktioniert, wie gesagt, ziemlich einfach. Ist ziemlich selbsterklärend, es funktioniert bei allen Flächen, also hier oben und überall, wo irgendwelche Zahlen sind. Deswegen ist es ein nettes Feature, nicht die Welt, aber ganz praktisch. So und weiter geht es mit dem ersten interessanten Tool. Und zwar kann man jetzt Prototypen verschicken, beziehungsweise einfach privat und nicht mehr öffentlich zugänglich machen. In dem Moment nämlich, wo ich hier oben einfach auf den Prototyp-Tab klicke und sage Prototyp veröffentlichen, bekomme ich hier ein Fenster. Ich habe im Vorfeld schon ausgewählt, dass ich einen privaten Prototyp besitze und kann jetzt hier sagen, ich möchte jetzt testatadobexd.com. Wenn das eine E-Mail-Adresse wäre, wäre es echt witzig, weil dann werden sie gleich eingeladen und ich kann jetzt sagen, ich habe etwas verändert. Oder ein anderes Statement, zum Beispiel, es wurden neue Seiten hinzugefügt oder ich habe ihr Feedback eingebaut oder sich hier auf irgendwas beziehen. Denn laut Adobe soll hier in Zukunft auch noch mehr kommen, was heißt, dass man da auch direkt eventuell sich auf Kommentare beziehen kann, die gemacht wurden und so etwas. Und ich kann jetzt sagen, ich möchte das Ganze, ich möchte jetzt die Person einladen und in dem Moment müsst ihr jetzt gleich hier oben das aufpoppen, was heißt, okay, es wurde erfolgreich an eine Person gesendet. Ihr könnt natürlich nicht nur eine Person angeben, sondern unendlich viele theoretisch. Und wenn ich jetzt hier oben bei Prototyp bin, sieht man auch hier unten, dass einmal ich das bin. Also ich habe im Prinzip hier meinen Account und hier unten im Prinzip sehe ich jetzt einfach eine Fake-E-Mail-Adresse, später halt theoretisch alle Nutzer, die auf den Prototyp zugreifen können. Und im Zweifel kann man die Leute hier auch einfach wieder entfernen und dann können sie nicht mehr auf den Prototyp zugreifen, selbst wenn sie den Link haben. Das Ganze ist wie gesagt für Privatanwender relativ useless. Für jeden, der mit Kunden arbeitet oder irgendeiner Form von Verschwiegenheit unterliegt, ist dieses Feature wirklich wichtig und wirklich praktisch und wird auch von mir beispielsweise regelmäßig verwendet. So und jetzt sind wir auch schon bei einem richtig interessanten Tool angekommen. Und zwar ist es jetzt möglich, endlich so etwas zu machen wie Einblendungen. Das heißt, man kann endlich Overlays korrekt richtig verwenden, wie man sie auch später verwenden würde. Als Beispiel, ich kann jetzt hier einfach mal sagen, ich habe jetzt hier eine schwarze, wobei, das können wir hier drüben direkt machen. Das färben wir einfach direkt mal in so einem Blauton ein. Zack und sagen jetzt hier drüben, ich möchte jetzt ein Overlay erstellen. Das ist einfach so eine Fläche, die geht nicht ganz über die Breite rüber. Oder wir können auch sagen, ja, sie geht im Prinzip so weit. Sie hat keinen Rand und ich sage jetzt, das Ganze ist weiß. Wir klicken auf unsere Zeichenfläche und sagen, das Ganze ist transparent. Dann seht ihr hier den Hintergrund, aber immer noch das Ende der Zeichenfläche. Wenn ich jetzt diese beiden Elemente hier habe, klicke ich oben auf Prototyp. Das ist hier oben in der Ecke im Prinzip. Einfach auf Prototyp klicken. Und hier kann ich jetzt auswählen, wenn ich hier raufklicke, dann möchte ich zum Overlay verlinken. Und das Ganze ist nicht mehr nur ein Overlay, nicht mein Übergang, sondern ein Overlay. Und jetzt habt ihr hier so eine grüne Fläche, die ihr bewegen könnt. Ich kann sie jetzt nicht verwegen, weil es exakt passt. Wenn ihr ein kleineres Overlay irgendwo drüberlegt, könnt ihr das bewegen. Und in dem Moment kann ich hier sagen, das ist ein Overlay. Ich möchte das Ganze ausblenden. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen es nach rechts hinein bewegen. Das heißt, es soll hier so reinkleiden. Und ich kann jetzt sagen, Ease in bzw. Ease in und out. Und das Ganze soll vier Millisekunden dauern. Wenn ich das Ganze jetzt hier oben mit dem kleinen Dreieck starte, hat man jetzt hier in der Mitte einfach die Fläche. Ich klicke hier rein und der Prototyp funktioniert. Es wird direkt ein Menü reingeslidet. Beispielsweise eine Sidebar, ein Menü von oben, ein Pop-up-Fenster, irgendwelche Select-Drop-Down-Menüs. Alles kann man damit umsetzen. Es ist ein unfassbar praktisches Tool. Und wir werden in der Reihe, die wir in Kürze machen mit Adobe XD, werden wir darauf noch sehr, sehr viel basierend aufbauen. Damit kann man nämlich wirklich eine Vielzahl von Interaktionen simulieren, ohne sie groß programmieren zu müssen. Und ich hoffe, dass dieses Tool, dieses Overlay-Tool und sowas in Zukunft noch weiter ausgebaut wird. Beispielsweise, dass man direkt, also dass man Symbole direkt als Prototyp verlinken kann. Sowas wie ein Select-Menü, dass man es nicht auf jedem Screen neu verlinken muss oder so etwas. Aber aktuell ist es schon mal ein Feature, was ganz praktisch ist und wirklich ermöglicht, leicht und ziemlich einfach Prototypen zu entwickeln. So, zum Abschluss gibt es jetzt noch das Feature, was ich persönlich am meisten gut finde, beziehungsweise worauf ich mich am meisten gefreut habe. Und vor allem, als es jetzt letztens erschienen ist, dachte ich so, endlich. Eigentlich hätte es von Anfang an da sein müssen. Von was rede ich? Von fixierten Positionen. Und zwar kann man jetzt sagen, dieser Header beispielsweise soll fixiert sein, wenn ich scrolle. Jeder von euch, der schon mal versucht hat, einem nicht-web-affinen Mensch zu erklären, dass etwas mitscrollt, ist relativ schwer. Und ich musste es öfter mal schon mit After Effects animieren, weil sonst Kunden es im Prinzip nicht richtig verstanden haben, dass das Element die ganze Zeit zu sehen ist, beziehungsweise sie haben davon geredet, aber sie haben es falsch formuliert. Und so kann man es jetzt einfach im Prototypen in Adobe XD mit einem Klick machen. Was meine ich mit einem Klick? Ihr wählt das Element aus, was mitscrollen muss, in diesem Fall der Header. In dem Moment wählt man hier in der Seite zusätzlich feste Positionen aus, wählt hier oben den Prototypen aus. In dem Moment hat sich der Prototyp gestartet. Ich scrolle mal wieder raus und hier haben wir jetzt unseren Prototypen. Und wenn ich scrolle, seht ihr, der blaue Balken kommt mit und die weißen verschwinden dahinter. Das funktioniert natürlich mit allem. Was heißt, ihr könnt Symbole, Fotos, Schriften, alles fixiert mitscrollen lassen. Es ist sehr praktisch, sehr einfach und einfach nur gut. Es hätte von Anfang an dabei sein müssen. Es ist ein echt gutes Feature, was endlich da ist und deswegen freue ich mich sehr. Und ich wette, der ein oder andere von euch hat auf dieses Feature genauso lange gewartet wie ich. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Twitter, Facebook, Instagram, Discord, wo ihr eure Fragen stellen könnt, eure Feedback äußern könnt oder euch einfach mit der Community austauscht. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung auch Links zu Amazon Affiliate oder zu anderen Affiliate-Partnern, wo ich etwas Geld bekomme, wenn ihr dort etwas einkauft. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel explizit unterstützen möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu Patron oder Patreon. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht. Dort könnt ihr diesen Channel explizit unterstützen und beispielsweise einige Vorteile genießen, wie ein Custom-Rang auf Discord und damit auch einige kleinere Vorteile. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao!